Ich habe zwischendurch kleine Frame-Einsprüche. Ich weiß noch nicht so genau warum. Ich hoffe es geht aus so lange mit Ziegen. Ich glaube, wenn ich hier schieße, muss man das nicht so viel. Ich muss dazu gut drücken. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ungewohnt. Hier ist ein Armer. Die Typen laufen einfach mal vorbei zum Glück. Okay, kommen die wieder? Laufen die in der Patrouille oder gehen die einfach weiter? Das ist eine schöne Frage. Gibt es hier begrenzt viele Gegner? Ja, da kommen unendlich viele. Je nachdem, wird es das eventuell lohnt, alles wieder zu schießen oder auch nicht. Auf jeden Fall scheint es sich nicht so viel zu interessieren, dass da die Leichen sind. Ich habe glaube ich gerade irgendeinen Self-Kill gemacht. Das scheint das Spiel zu mögen, okay. Ich mag das glaube ich auch, wenn ich keinen Alarm so ausnehme. Kann ich euch irgendwas mitnehmen? Wir haben keine Waffen. Nein, wir haben keine Waffen mitnehmen. Siehst du irgendwelche Waffen? Das ist eine ganz normale angemalte Stücke. Mal gucken. Ich nehme es einfach mal an hier. Ganz einfach. Einfach mal an, dass hier nur begrenzt viele Soldaten auf der Welt sind. So begrenzt getriggert wird. Je nachdem. Was ich nenne will. Das war eine naive Annahme. Was macht das jetzt einfach mal? Ähm. Ich kann sie ziehen. Die lasse ich jetzt einfach mal. Ich würde keine unsuldigen Frauen. Oh. Gucken wir mal, wo wir den Geldpfeil hinterher. Wo bin ich denn? Da ist die Brücke. Die muss ich strengen. Das ist nicht viel hinter der Brücke. Muss ich mich auf noch jemanden retten? Warte mich noch mal. Einmal vorsichtig vor. Und dann vorn rein. Der Rücken funktioniert hier nicht. Wir sprechen mal, bevor wir irgendwo hier rein drehen. Ich sehe die Brücke. Ich sehe die Brücke. Das ist die Brücke. Er schiebt nicht auf mich. Das sieht aus wie ein Problem. Hey. Locker. Easy. Flüchtig vom Tisch. Ich sehe nur noch. Äh. Du wärst da nicht weg, nehme ich mal. Da ist doch der Schuss weg. Da ist doch noch ein Schuss da weggefahren. Das heißt, ich kann mich jetzt auf den Scheidern hinten rein schießen. Mit einem langen, harten Rohr. Da kommt doch so dickes raus. Der Ball ist voll hinten rein. Ja, aber umdrehen doch, ne? Ja, du mich auch. Also das Rohr. Nicht er, sondern das Rohr. Das hat sich da hinten gekriegt. Aufseher hat niemand den... Ich wollte gerade schon sagen, aufseher hat niemand das gehört. Aber das war wohl ein Fehlender. Vielleicht nicht so gut, dass wir sprechen. Ja, wenn der allein jetzt eh an ist, ne? Seht der auch irgendwann wieder aus? Oder bleiben die jetzt informiert? Ich bin ja auch mit dem Scharfschutz, ich war noch mit dem Scharfschutz nicht fest. Sehr beschäftigt, jetzt bin ich es nicht. Okay, wir haben einen Typen im Sturm, den sollten wir da vielleicht die Gelegenheit da rausholen. Aber ich glaube, da hinten rum werden wir uns gut fällt, ohne den Panzer zu schrotten. Ist natürlich total lustig, wenn der Panzer so fährt und... Was? Was? Das ist aber nicht was ich gemacht? Was? Was? Wieso? Da hab ich nicht. Was? Ich hab doch überschrieben. Ja, ich hab doch hier angeklickt. Ist mir verarscht viel? Ach nö, oder? Ich hatte doch... Was? Was ist das Spiel für Probleme? Die ganze Menge schon wieder. Ich hab so extra noch Admin ausgeführt, um so Probleme zu vermeiden. Leck mich. Jetzt darf ich alles nochmal spielen. Das bringt ja großartig an, das Trick spielen. Die Lagezeiten ist der Wahnsinn. dass ich so ein bisschen unter uns zu sparen. Und das ist ein bisschen zu sparen. Das ist ein bisschen ein Schwein. Das kennen wir alles schon. Das ist großartig. Fällt mir noch gar nicht gefühlt, ob man die Aufnahmedinke zieht, aber was drauf ist? Drückgeschissen Gut Jetzt macht die Sache jetzt und schreibe ich das nächste Mal aufm 9 und hofft, dass da alles gut geht Die Maus wird noch ein bisschen nagellig Hackelig Und halt so Das geht sogar besser als beim letzten Mal Jetzt laufen wir den vorbei Wir hoffen ein bisschen Jetzt machen wir das Helfwerk, lassen die anderen zwei vorbei laufen Und Schießen die nach Und dann Speichern aufm 9 und hoffen, dass es Entweder hat er Probleme mit dem Speichern oder mit dem Überspeichern Das ist irgendwo irgendwo ein Turm glaube ich, wenn wir das eben richtig interpretiert haben Sofern ist das da oben ganz gut hinhauen Bleiben wir nicht an den Stein stecken Ein bisschen Schlaufe legen Wenn ich sagen Sind das Türen oder mal Wie können sie auch hier noch schießen Auch hier sind solche Bewegungen Ah warte ich lieber im Moment Was? Was? Hallo So stürzt sie denn nicht So stürzt sie denn nicht Sind hier wohl voll in den Kopf Oh Großartig Man darf noch nicht ganz speichern Und das speichern funktioniert auch nicht richtig Das ist ja wunderbar Ich vermute mal noch, dass ich jetzt automatisch Nein Dann muss ich auch wieder laden Vom spielenden 90ern schon besser hinbekommen mit dem Schnellladen und so Das geht ja gar nicht schnell laden Toll Ja komm Wiese hinten hier Wir warten wieder Warum hat das überhaupt zwei Sterne Was sind wir als Spieler mit Wagen Es sind nicht die einzelne Schüssel die da rauskommen Ich hab schon Maschinengewehr gemeldet Aber Warum hat das Maschinengewehr eigentlich schon in Dauerfänger Soll das doch mal höher als der Handel oder Wir sollten wieder ein bisschen verfolgen leben wegen unserem Körper Er ist noch nicht in der Position oder? Nee er läuft noch Nicht so vermag Ein Nein Du lebst da jetzt noch Hallo Stirbst du jetzt endlich mal? Ich bin ein bisschen wehnerisch Ich weiß wie tödlich ist Und das mit Hab ich noch gar nicht gesehen heute Ich könnte nicht die Fässer stehen Vielleicht kann ich nicht mehr Das sind so ein Scheichzeuger oder Nehmen dafür Oh ne ne neue Idee Probieren wir mal was anderes Ich kann nicht mehr da drin stehen Danke Wo bleiben drin? Ich weiß Hallo? Das ist gar keine gute Idee Schwierig Bande auf das Spiel Keine gute Idee Deswegen muss keine Begrenze auf die Reiche Ich glaube da hinten rum raus ist schon eine ziemlich gute Idee Ja Seltsam Die Lage hat er schon erwähnt Muss ich mal den Typen noch retten? Muss ich mal den Typen noch retten? Oder ist der direkt da hinten? Ach das ist der Typen da hinten Sie kommen überhaupt weg Wurde übrigens nicht erklärt Ob das die Alarmengel wieder ausgeht Gut, wir warten hier wieder Das ist meine letzte 10 Kann man Vögel abschließen? Oder ist das eine Minute Dekoration? Ich stehe mal mein Kopf in die Sand Ich tue so was ich nicht das gar nicht spielen möchte Killboot ist total eins Ich weiß noch nicht was der mir bringt Aber Verstehen die denn nicht nochmal so schön? Ich hab doch laden gedrückt Nur lädt er denn das Spiel nicht Halt Moment Er hat schon geladen leider Und lädt er denn das Spiel? Irgendwo schrecklich Also ich dachte eigentlich Ich weiß noch nicht wie nachher ich hierher kommen muss Deswegen würde ich die zwei Typen da schon gerne töten Das wäre mit ihm gesagt ganz recht Entschuldigung die Pistole Können wir haben das Spiel wäre über 10 Jahre alt Ja Ja Lauf Lauf Ich könnte laufen Aber ich könnte mich nicht entkommen Ich könnte mich in die Hose geschicken Und äh Ja Und jetzt werde ich mir noch Zimmer aufbringen Das wäre schon beim ersten Mal nicht lustig gewesen Ich könnte mich nicht in zwei Dimension in eine Pistole stecken Gar nicht so zweidimensional ist Wie man wächst Weil ich damit ein Stück höher Damit ich nicht besser in den Kopf schießen kann Das erhöht ja bekanntlich das Handvermögen Da ist so etwas Treff ich finde da aus Das ist mir nicht mal ungewöhnlich Was ist das? Der Schitter, Zaun da Zaun dazwischen Was, ich hab doch einen Nachhinein Nein, das soll ich dahin speichern Ja, gut, das ist auch das akkulte Zeichen, dann passt es mir So, das ist ein Spiel mit Ursula, das ist aber nicht aufgenommen Kann ich wieder viele Lügen erzählen von wegen Ja, ich hab auch genommen, konnte ich nicht hochladen Ist ja auch zum Kotzen, so Gut, wenn du begrenztes Speichern kannst du auch zum Kotzen Vor allem ist das viel besser Ja Ja, also ich hab auch gespeichert und dann Kann ich den Typ einfach auf die Tür abschließen, oder? Immer der Einarm los, oder? Nur wenn du in der Tür rauskommst Ich muss einfach warten und gucken, was passiert Ja, der geht immer los Ja, der geht immer los Dann lassen wir jetzt aber den Panzer, Panzer sehen Dann gucken wir uns mal links an Was bei dem Turm so los ist Ich hab gezeigt, irgendwie sind wir leider Ich hoffe, es ist jetzt das Richtige Wenn ich die Mission nicht immer wieder starten mache Dann wird das schwierig Oh, sie den Wildtun spielt Nein, nein, das sieht gut aus Okay Wir speichern einfach immer auf 9 und alles ist gut Wir probieren gleich erst, wo das fliegt Niemals noch was ausprobieren Dann machen wir alles sofort Legst du dich hin Und dann Mach ich dann Zoom Jetzt wurde dein Name ausgelöst, oder? Nein Nein Okay Da ist aber nur die Panzer-Iklusionsfahrt Nächst benutzt man eine Schallgedämpfte Rakete Ich habe eine Schallgedämpfte Rakete Aber eine Schallgedämpfte Rakete nur da Das liegt an einem Maschinengewicht Ich bin ziemlich sicher Obwohl ich den D-Rals raus Ich könnte eine Granade reinwerfen, aber ich glaube, das wäre laut Zu laut Leider Hm Aber ich muss den Typen so aus dem Sturm rausschießen Oder wie sonst Wenn ich beim Hitschieben auflaufen Lass uns beim Auflaufen Lass uns beim Auflaufen nicht den Arsch aufreißen Okay, das ist nicht rot und das ist außerhalb der Schussraumweite würde ich sagen Oder der Wasserreichweite Guck mal in der Sonne Da muss man etwas noch reinplanen, das ist sehr gut für die Augen Also einfach mal einen Tag 2-3 Stunden rausstellen und in der Sonne schauen Ich kann kein rotes Ding Ich kriege kein rotes Ding Ich kriege kein rotes Ding Ich kriege kein rotes Ding Letztes Mal durch Letztes Mal durch Achso, er kriegt ab, sobald ich anfangen loszulaufen Ganz klar Er muss zu kriechen Gucken wir das nochmal vielleicht etwas Ja, dreh dich mal Jetzt seh ich dich auch immer Und du siehst mich jetzt auch immer nicht Ich treffe ihn irgendwie nicht Ich glaube sie immer wieder, wenn man Okay, das Vielleicht lassen sie euch das Spiel aber ein Natürlich mit dem Scharfschutzenturm Und Und geht halt die ganze Straße einfach Das ganze Scheiße Vielleicht lernen wir auch mal dort Nee, das ist jetzt alles Das ist jetzt perfekt, bei ihnen haben wir auch noch immer neu zu warten So, ein verstaunlich stabiles 60 FPS Das wundert euch Weil ich noch ein bisschen die Aufflösung hochgedrückt habe Ja, Tarn-Einsätze Ja, Tarn-Einsätze Ja, Tarn-Einsätze Die anderen wollen, wenn er nicht drück schießt Das ist ein Tarn-Einsatz, oder was? Ich habe mich angeschaut Ist das nur was? Nö, hier war nichts Nein, ich will mich nicht Großartig Und hier wieder ein bisschen kleinen Drucker Ich weiß nicht, was Wahrscheinlich der Kopierschutz oder so war Kann sie sich nicht mit dem Arbeitsspeichern oder der Kopierschutz nicht Da wer weiterkommt Vielleicht ist das doch einer, hm? Das hier auch heute mitbekomme Ganz gut glaube ich Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn treffe, das ist das Problem gerade. Ja, ich bin mir leider viel zu spät. Schön wie Barrios, da zieht alles, was im Nebel liegt. In dieser Bewegung ist es nicht so klug auf dem Ansatz zu laufen. Bei der Bewegung ist es nicht so klug auf dem Ansatz zu laufen. Bei der Bewegung ist es nicht so klug auf dem Ansatz zu laufen.